Heute ein sehr wichtiges Update-Video, die meiner Meinung nach besten Shisha-Köpfe unterteilt in drei verschiedene Kategorien. Kleine Funnel für eine Person und einen Satz Kohle. Große Funnel, die entweder für einen Satz Kohle für mehrere Leute oder für eine Person für mehrere Sätze an Kohle ist. Und zum Schluss haben wir noch mehr Lochköpfe. Ich würde sagen, mit genau denen fangen wir auch erstmal an. Angefangen mit der neuesten Addition in dieser Kategorie, und zwar eine Cosmo Bowl Dead Mummy. Im Grunde eigentlich einfach nur eine Killer Bowl. Killer Bowl beschreibt die Form von einem Kopf. Wir haben also ein ebenerdiges Depot im Kopf selber und einen relativ gerade nach oben gehenden Rand. Und auf dem liegt dann natürlich noch unser HMD. Und die Dead Mummy ist eigentlich auch einfach nur eine weitere Killer Bowl. Aber warum auch immer kriege ich die mit Abstand am besten zum Laufen. Egal mit welchem Dark Blend ich die bis jetzt probiert habe, das hat wirklich überragend funktioniert. Und ich würde sogar fast so weit gehen, dass das im Moment mein Overall Nummer 1 Mehrlochkopf ist. Als nächstes haben wir sogar zwei, die wir relativ gleichzeitig behandeln können. Das ist einmal die Cosmo in der Turkish Bowl Variante und der Vosco Rimcia Mumia. Ich finde die von der Performance her nahezu identisch. Maybe die Cosmo noch einen Ticken geiler als den Vosco Rimcia, aber die sind beide sehr, sehr nice. Die sind sehr ähnlich geformt, die sind sehr ähnlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die geben und nehmen sich auf jeden Fall nicht so viel. Abgesehen von einer Sache. Und auch die ist ein bisschen konditionell. Der Vosco Rimcia hat tendenziell das kleinere Depot. Ist also etwas sparsamer als die Cosmo Bowl. Auf der anderen Seite ist es beim Vosco Rimcia leider immer ein bisschen chargenabhängig, wie groß oder klein das Depot jetzt tatsächlich ausfällt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das so festzumachen, aber im Grunde kann man sagen, beides sehr, sehr nice Turkish Bowls, die beide hervorragend funktionieren. Der Vosco Rimcia eher die etwas sparsamere Alternative und der Cosmo eher die etwas ergiebigere Alternative. Machen wir weiter mit großen Funnels. Wie gesagt, das sind jetzt Funnel, in die besonders viel Tabak reingeht. Die sind besonders gut, entweder wenn ihr Kohle nachlegen wollt, sodass ihr noch viel länger rauchen könnt, oder wenn ihr mit mehreren Leuten an einer Pfeife raucht. Ergo, es werden mehr Züge von dieser Shisha genommen, während ein Satz Kohle an ist. Dementsprechend sollte auch mehr Tabak drin sein. Ihr könnt euch das ein bisschen wie Sprit im Auto vorstellen. Wenn ihr schneller fahren wollt, braucht ihr auf derselben Strecke auch mehr Sprit. Und genauso ist das eben auch mit dem Tabakverbrauch. Der Vergleich hinkt ein wenig, es funktioniert nicht eins zu eins genauso, aber so ist das nun mal. Und da habe ich drei rausgesucht. Angefangen mit dem Shades X-Tourn. Das ist noch die sparsamste Variante von allen drei, die ich gerade rausgesucht habe. Deswegen würde ich euch den auch vielleicht eher empfehlen, wenn ihr so zwischen zwei und drei Personen an einer Pfeife habt. Ihr müsst es auch nicht zu genau nehmen. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Kopf nehmen. Kann nur sein, dass der Kopf eben durch ist, bevor eure Kohle durch ist. Und das wäre schon ziemlich schade. Shades X-Tourn Bowl, hervorragende Performance. Läuft sehr, sehr gut. Nimmt halt auch mindestens so seine 25 Gramm Tabak. Übrigens, all die großen Pfannen nehmen 25 Gramm Tabak. Pi mal Daumen. Es kommt immer darauf an, wie man baut. Es kommt immer darauf an, welchen Tabak man nimmt. Ein dense gepresster Must-Have und ein fluffig gebauter Loyal Tabak können wahrscheinlich bei so großen Köpfen gut und gerne mal 10 Gramm Unterschied ausmachen. Das heißt, es kann immer nur so eine grobe Richtlinie sein. Aber als grobe Richtlinie würde ich sagen, muss der schon 25 Gramm nehmen. Die zwei vielleicht nochmal 26 und maybe nochmal 27 Gramm. Also da geht es dann nochmal ein kleines bisschen hoch. Als nächstes ein Klassiker, den es halt in allen möglichen Colorways gibt, der überall verfügbar sein sollte, der Oblaco L. Den kriegt man mittlerweile hinterhergeschmissen. Ich habe schon Angebote von Oblacos für 3 Euro gesehen. Und wenn ihr einen Kopf braucht, den ihr mit mehreren Leuten rauchen könnt und ihr den für 3 Euro seht, dann ist das schon relativ ein No-Brainer. Also das sollte nicht zu viel ausmachen. Und im Vergleich zu dem Shades Tuan, der auf jeden Fall die bessere Performance hat, aber 45 Euro kostet. Wenn ihr nur ab und zu mal mit mehreren Leuten an einer Pfeife raucht, ist es vielleicht auch einfach okay, den 3, 5 oder 10 Euro Oblaco zu nehmen, statt 45 Euro für den Shades Tuan auszugeben. Kosten-Nutzen-Rechnung und so. Wenn euch die Kosten-Nutzen-Rechnung aber komplett egal ist, dann nehmt ihr auf jeden Fall einen Wandenberg V2. Ein riesiges Depot, in das wie gesagt locker 27 Gramm Tabak reingehen. Es würde aber auch kein Problem sein, in diesem Kopf 30 Gramm auf einmal zu versenken. Hervorragende Hitzeeigenschaften, wie man das aus dem Hause Wandenberg schon gewohnt ist. Schöne Optik, es gibt verschiedene Colorways. Ich habe hier zum Beispiel noch den Mitternachtsblauen und den Antikgoldenen. Beide sehr, sehr schön. Immens großes Depot. Also ich glaube, den Kopf kannst du wirklich locker, locker easy mit vier Leuten durchrauchen. Performance-Technik absolute 1+. Für mich optisch, es wird halt langsam ein bisschen bauchig, aber du brauchst ja auch den Platz für den Tabak. Von daher ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde ihn hübsch. Ich finde, es gibt hübsche Colorways. Preislich liegt der Wandenberg V2 halt auch knapp an den 40 Euro. Das tut auf jeden Fall weh. Dafür kriegt er aber meiner Meinung nach die beste Performance. Er hat allerdings auch den absolut höchsten Tabakverbrauch von allen Köpfen, die ich hier rausgesucht habe. Und dann kommen wir in die für mich auf jeden Fall am interessanteste Kategorie. Die Pfanne, die für eine Person, für einen Satz Kohle so wunderbar ausreichen. Und ich würde sagen, wir bleiben direkt im Hause Wandenberg, weil auch der Wandenberg V1 hat das selbstverständlich in meine Top-Shisha-Köpfe-Liste geschafft. Ein absolut hervorragender Kopf. Seit er vorgestellt wurde, kennen ihn glaube ich so gut wie alle Shisha-Enthusiasten. Und ich glaube, fast jeder hat auch einen daheim. Falls nicht, könnte man das oder sollte man das wahrscheinlich auf jeden Fall ändern. Der Wandenberg V1, für die 35 Euro, die man bezahlt für diesen Kopf, kriegt man einen absolut hervorragenden Kopf. Die Hitzeeigenschaften sind genial. Und wenn man versucht, an diesem Kopf zu meckern, dann ginge das wahrscheinlich nur an einer einzigen Stelle. Und das ist, dass das Depot maybe für Anfänger nicht sofort super intuitiv zu bauen ist. Zum Glück gibt es da gute Videos. Zum Beispiel mein Kopfbau-Video zu dem Wandenberg V1. Aber abgesehen davon ist er preislich dafür, dass er made in Germany ist, absolut perfekte Hitzeeigenschaften besitzt, eine schöne Optik besitzt, absolut herausragend. Was anderes kann ich nicht über diesen Kopf sagen. Den habe ich übrigens auch in zwei Colorways. Einmal die Kirschblüte und einmal den Zartgrün. Als nächstes auf der Liste der The Plug von Hukain. Bin großer Fan von den Hukain-Köpfen, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Seit Hukain mit dem Stoneware Clay arbeitet, ist die Hitzeperformance von diesen Dingern wirklich absolut herausragend. Früher schon Fan von den Litlips, aber das geisteskranke Level-Up kam erst mit diesem Ton, der hier verwendet wird. Und das ist einfach sehr, sehr nice. Sei es der The Plug, sei es der Popo, sei es der neue Litlip 2, der übrigens basically ein Plug ist. In etwas anderer Tabakform, ein bisschen sparsamer, andere Optik, aber auch sehr, sehr guter Kopf. Allerdings 10 Euro teurer, deswegen habe ich jetzt hier den The Plug ausgesucht. Die Hitzeeigenschaften sind hervorragend. Das Depot ist super intuitiv zu bauen, es ist super easy zu bauen, sogar noch ein Ticken einfacher als beim Popo, finde ich. The Plug auch wirklich herausragender Kopf. Die Wahl bei mir zwischen einem Wandenberg und einem The Plug kommt oft einfach, sage ich mal, auf die Tagesform an, auf die Tagespräferenz an. Vielleicht passt der eine Kopf auch besser zu der Pfeife, dann nehme ich den. Ob ihr einen Wandenberg nehmt, ob ihr einen The Plug nehmt, macht für mich nicht wirklich einen großen Unterschied aus. Und dann kann ich auch direkt noch rüber gehen zum letzten Kopf, den wir auf der Liste haben. Und das ist der Hukain-Popo. Wir haben wieder dasselbe Material, wir haben ein Stoneware, Clay, welcher einfach herausragende Hitzeeigenschaften hat. Aber diesmal in noch einem etwas kompakteren Format, was bedeutet, dass die gespeicherte Temperatur viel zentraler am Tabak ist, was für mich positive Auswirkungen hat, wenn auch nur im absolut minimalen Bereich. Das ist jetzt keine geisteskranke Revolution, aber es ist nochmal ein µ besser. Dafür gefällt mir eigentlich die Depo-Form vom The Plug besser. Und am Ende des Tages kann ich sagen, egal welchen dieser drei Köpfe ich nehme, ist es meistens nur eine Entscheidung daraus, was ich gerade für eine Pfeife rauche und welcher Kopf am besten dazu passt. Zum Beispiel rauche ich den Popo am liebsten auf kleinen Pfeifen, weil ich finde, dass dieser Formfaktor hier halt super zu kleinen Pfeifen passt. Und ein größerer The Plug oder Wandenberg würde halt nochmal ein bisschen die Proportionen kaputt machen. Vor allem, wenn hier natürlich noch ein HMD draufkommt. By the way, alle diese Köpfe können mit HMD geraucht werden. Alle diese Köpfe sollten mit HMD geraucht werden. Wichtig. Und wegen seinen guten Hitzeeigenschaften, wegen seinem coolen kleinen Formfaktor, der halt eben sehr gut zu kleinen Pfeifen passt, schließt der Popo meine Liste an Lieblingsköpfen ab. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Video. Irgendwie triggert mich das, dass wir das Video beenden und ich nicht alle Köpfe umgedreht habe. Okay. Tschüss.